Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei LifestylerTV. Ich bin's, eure Pia und wie ihr ja schon wisst, sind wir mit dem kompletten Lifestyler-Team momentan in unserer schönen Hauptstadt Berlin. Ja und ich bin gerade vor der Box gelandet. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was die Box überhaupt ist. Es sieht auf jeden Fall ziemlich groß aus und es ist, ja es ist auch schon ziemlich viel los und ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt einfach mal gemeinsam an. Also los geht's. Einfach Hammer jeden Abend hier. Der Abend heute hier ist super, die Musik ist toll und die Getränke sind günstig. Da kommt man doch gerne wieder. Bei mir ist jetzt der Clubmanager Siggi. Wir kommen aus Köln. Warum sollte man jetzt unbedingt 600 Kilometer fahren? Um in diesen Club feiern zu gehen. Weil hier die Stimmung außerordentlich gut ist. Wir haben ein super geiles Personal, was die Stimmung mit anheizt, mit Feuerspucken und wir heute den ganzen Abend lang Prosecco frei für die Damen. Kikile 1 Euro. Also es macht auf jeden Fall Spaß bei uns und es wird immer wieder was Neues geboten. Letztens hatten wir eine Shisha-Lounge. Also es wird nie langweilig wollen. Sehr gut. Sehr gut. Prosecco trinken wir jetzt hoffentlich auch, oder? Das ist doch schrecklich. Gut. Gut. Das war's für heute. Das war's für heute.